Sie sind, wo sie sitzen alle, und nichts neues nicht leid. Die Russen mit unter anderem, am Internet ruhen, will Durken, jebaniert nach. ... im örtlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow, und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners, wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner, das war ein Befehl! Wer schickt Sie? Das hier ist Magen! Sie meinen Befehl, so wie das Leid zum... Oh, weint ich das einfach, Decker? Der Militär hat mich verlogen! Jeder hat mich verlogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nicht zweiter als ein Haufen niederfrechtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbrechen... Nichts als Feiglinge! Verrecher, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch geschmeißen des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Krabbel hält! Jahrelang ist das Militärmalaraktion im Lob verhindert! Es hat mich jeden nur als bestätigen Widerstand in den Weg gelegt! Ich hätte gut daran getan, von Jahren alle Höheroffiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie, und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich noch verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie werden das saufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne, jetzt beruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprochen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen bei Ihnen verlasse, irren Sie sich, der wollte ich! Eher jagge ich mir eine Kugel durch den Kopf! Tun Sie, was Sie wollen! Tun Sie, was Sie wollen! Tun Sie, was Sie wollen! Tun Sie, was Sie wollen!